Der Weihnachtsmann kommt bündig an in jedem Jahr aufs Neue und teilt im Haus Geschenke aus, wie ich mich darauf freue. Egal was war ein Mal im Jahr, steht er vor unserer Tür und er hält, was mir missfällt, nicht einmal was dafür. Was schenken wir dem Weihnachtsmann in den Dezember-Tagen? Was schenken wir dem Weihnachtsmann, kann mir das einer sagen? Was schenken wir dem Weihnachtsmann, das, was ihn glücklich macht? Ich frag, was einen wünschen kann, in der Weihnachtsmacht. Aufgemacht geht's durch die Nacht, auch in der Nacht so kaltem. Er trägt den Sack im Hut gepackt, ich kann ihn kaum abhalten. Er schenkt sich ab, um nicht zu klappen, verteilt die schönen Gaben. Die tut er dicht, mehr will er nicht von anderen Kindern haben. Was schenken wir dem Weihnachtsmann, das, was ihn glücklich macht? Ich frag, was einen wünschen gibt, in der Weihnachtsmacht. Ich sag euch heut, dass er sich freut, wenn du auch an ihn denkst. Zur Weihnachtszeit aus Dankbarkeit, was selbstgemachtes schenkt. Was schenken wir dem Weihnachtsmann, in den Dezember-Tagen? Was schenken wir dem Weihnachtsmann, kann mir das einer sagen? Was schenken wir dem Weihnachtsmann, das, was ihn glücklich macht? Ich frag, was einen wünschen gibt, in der Weihnachtsmacht. Eigentlich wünsche ich mir nichts, nur leuchtende Kinder auf, ja, lächelnde Menschen. Und Menschen, die über den Striezelmarkt gehen, ohne zu hetzen. Das wünsche ich mir.